ARD Text im Auftrag von Funk Nein, normal hast du mehr AP Ja, aber das habe ich schon gedacht, das kann doch nicht sein Boah, boah, ich brauche unbedingt ein Double, nein Boah, ich brauche unbedingt, aber wie du kriegst du diese Fakten Ja, wer da machen gegangen Oh, was ist das denn? Nein, das ist natürlich dummer als ein Stück Burscht Dann sag ich mal, Moriana werfen würde Drei Ein Stückchen Drohnen von mir, kann ich jetzt hier umeinander Und dann Neben dem Lupa ist die Große noch nicht schwer Wie du? Da kann ich ja entklafen, du musst Ich brauche genau dein Doppelfühl, wir brauchen ja nicht so Ah, viel abschiss Ich brauche die Aufnahme schon Aufbeeren, abgeschlossen Körster Team in Position Wandel auf Ziel in Formatione Dauber auf für Feuer, Angriff der Zone Da ist alles Weil wir sind Campen, du Bein Wandel auf Fakt Wolltest du... Nein, 0 10 0 11 0 12 0 nehm, warte, bleib, mhm 2.0 mhm, die kleine die was sind faststaben du? roh noch fast die Kameraden mit der Typ 100-Spin Ne, ich hab die gerade aufheben müssen, ich stehe Wegler, aber egal. Ne, ich hab die gerade aufheben, ich hab die gerade aufheben. Ich hab die Koffer auch vermittelt, ich bin so tot. Was ist denn schon? Nicht in die Fresse. Das war auch weh. Vollstreif. 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 Gegen und gegen. Nein, ich bin bei 19.0 gestorben. 19.0, Alter. Zum Kotzen, Alter. Nee, Digga, ich wollte unbedingt noch unnachgiebig machen. Nee, fuck off. Aber jetzt hört man sich aus. Das wäre aus, ich hätte die Koffer nicht zuhause gehen. Aufstehungsfluten. Aufstehungsfluten aufgeschossen! Oh, ist er voll der Lapp gerade, aber egal Haben wir eine Drohne? Gut das ja. Schüsse in die Ablaufzone. Brauch ich nicht. Die Stehlänge zu. Alter was ich jetzt hab ich denn los? Haben wir überhaupt eine Gegner? Kriegen wir einen Krannöhen-Host. Kriegen wir jetzt Krannöhen-Host? Ja Alter. Oder legt's bei dir nicht mehr. Schauen wir noch. Nicht. Nichts auf meine Leid. Kannst du nicht? Kannst du nicht? Kannst du nicht? Kannst du nicht mehr? Nein, das ist eine Mioh. Tief. Die Waffe hat einen Plummen-Werfer. Gerne. Nur weil er mit dem Gewehr... Nur weil er ist ein Strasion gezogen. Wachter ich da einen Plummen-Werfer ne. Das war gut.